Ich habe alles aufgenommen. Nein, ich habe nicht dich aufgenommen. So, willkommen bei You Go Tonight. Welches Licht? Menschen aufziehen. Achso. Ich habe hier hinten so Kopfschmerzen, Schatz. So ein riesen Pickel. Weiß ich ja nicht. So, wir tragen jetzt den Müll draus. Ich nehme schon auf. Die Kamera ist so verschwunden. So, wir ziehen nur an. Schatz, dann bitte den Post hast du. Ja. Ich kann auch mit Ihnen rausgehen. Dann gehe ich mit Ihnen raus. Jungs. Das wird dann hier später noch rausbringen. Kleid hat schon kackt, ja? Kleid hat schon kackt, bitte. Komm her, Bruni. Kleid! 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 Komm her! Komm her! Komm her! Das war's. Komm her! Komm her! Pa Crypto nicht! Komm her. So, wir schauen was im Plaschkest los. Das kann ich schon viel. so morgen fahren wir nach mauthausen ins kz da habe ich das letzte mal 95 glaube ich und da werde ich auch ein video machen mit dabei ein trauriges video ist ein ernstes video darüber sowas macht man keine späße ich werde versuchen euch so viele details mit zu möglich mitzuteilen gehen wir jungs kommt jetzt hier schon mal mauthausen ich melde mich gleich nach nachdem die jungs kacki waren bis gleich die hunde haben nicht alles erledigt schatz hier ist die post trage den müll raus die flaschen oder nein so die hundesteuer sie kommen oder zahle für beide hunde steuern für die schönen braven hunde steuern so der wind ist bisschen schmutzig kommt mir vor so jetzt besser ja jetzt besser so Vielen Dank. Ich hoffe, dass nicht der Müllraum wieder überfüllt ist. Das ist eine Tote Hose. Nicht so wie in Salzburg, wo es jeder direkt gegen jemanden hat. Oh ja, schaut überfüllt aus. Schaut, überfüllt das. Okay, die ist nicht überfüllt. So. 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 Wir werden früh aufstehen Es gibt nur wenige Nachbarn mit denen wir uns schlecht verstehen Ich habe die Fuss von Nepal Die Putsche hat keine Freude mit uns Und? Wie hoch ist die Steuer? 90 Euro, aber für das ganze Jahr, oder? Das ist so verschmiert die Kamera. Einer hat gerade vor dem fetten Fernsehkarton rübergetragen, was wir normalerweise im Ding Müllhalter. Müll ist wieder überfüllt und Gott sei Dank, die Flaschen waren leer. Was gibt es denn Gutes? Ich habe den Müll. Warte, das brauchen wir für die Kleinen. 750 Euro? Ja, wirklich. Da ist noch eine Rutsche dabei. Und die Rutsche kannst du sogar Wasser runterlassen. Wo kannst du Wasser runterlassen? Da rutschen. Wirklich? Und eben diese Babyschaute ist dabei für die Klaube. Okay. First Dates. Ich frage euch sicher, Ego hat sich verändert. Da stimmt irgendwas mit Ego nicht, gell? Ja, es sind leider 103 Kilo. Was erzählst du so einfach? Ja, ich schäme mich ja nicht. Ich schäme mich ja nicht. Die Gies hast du nicht eingezahlt, weil das geht mir auch noch. Die Gies kann mich mal... Ja, zahle ich dann. Am Ende des Monats-Send. Wenn du das Geld hast, dann muss ich auch 90 Euro die Steuer zahlen. Ja. Hier, wie lange ist deine Frist? Wann musstest du spätestens einzahlen? Steht da irgendwas? Nein, da will ich nicht fahren. Da muss ich doch zwei andere einzahlen fahren. Fällig bis am 1.3. Fällig bis am 1.3. Fällig am 1.3. Ja. Also eh. Ja, du zahlst ein und rufst an und sagst du hast eingezahlt. Die sollen dir keine Mahnung schicken. Das sehen sie ja eh. So meine lieben Zuschauer. Außerdem mache ich es bei Internetbänken ganz sicher. Also Blitzüberweisung oder was? Kostet das für Sechster? Bei mir kostet das Sechster. Bei meiner App. Ja. Von der Bank. Einen Minusrahmen einstellen. Ja. Ich auch, ja. Ja. Kannst du. Das. Kannst du einstellen, ja. Wenn du verfügbar ist. Wenn du mehr reinkriegst, wie das du ausgibst, dann kannst du einen Minusrahmen einstellen, genau. Ja. Das war schon. Ja. Wir sind reich. Ja. Ja. Wenn du das nicht im Internet nicht bekommst, dann kannst du das ausgeben. Ausgeben. Eben. 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 Okay. Ja. Ja. Du hast gesagt verdammter Yugo. Ja. 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 Meine lieben Freunde. Falls euch das Video gefallen hat. Lasten Darm. Was? Was soll ich rausschneiden? Ja. Ja. Dass wir reich sind, oder was? Ja. Wir sind so reich, dass wir die Untersteuer zweimal zahlen, ja. Die Frisur hat sich wieder mal ausgezahlt. Ja. Wann bin ich aufgewacht? Um fünf, oder? Um sechs. Um sechs. Ja. Na gut, meine lieben Zuschauer. Das war wieder mal ein notwendiges Video, damit ihr wisst, was wir morgen machen. Und morgen machen wir ein Video über das Gazette. Das wird ein ernstes Video, weil meine Großmutter war in einem Gazette gefangen, wo sie jünger war. Sie ist dann rausgekommen. Und dieses Licht habe ich nicht angemacht. Ja, das habe ich gerade. Ja, wieso sagst du dann überall? Ja, im Ding brennt. Ja. Na gut. Falls dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, liken und abonniere. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.